Und damit sind wir hier in H2 Kultur wieder bei der aktuellen Ausgabe des Deutschen Jazz Festivals, der inzwischen 43. Und schon auf der Bühne gestanden heute, haben bis vor wenigen Minuten die Cembalistin Thama Halperin und der Pianist Michael Wollny. Beide sind jetzt bei mir im Studio. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr so schnell nach dem Konzert hochgekommen seid. Und erstmal Gratulation, ein grandioses Konzert, ehrlich. Danke. Danke. Wunderkammer XXL, ihr beiden zusammen mit der HR Big Band. Und ich weiß, dass der Plan schon vor einigen Monaten gereift ist. Hättest du dir, sagen wir mal, als ihr euer Duo gegründet habt, hättet ihr euch sowas mal vorstellen können, Michael? Ich hätte mir erstmal auch das Duo noch gar nicht vorstellen können. Ich habe ja angefangen mit dem Projekt als ganz verrückte Idee, ein Soloprogramm aufzunehmen. Nämlich nicht bloß am Klavier, sondern mit vielen Tasteninstrumenten. Und erst im Lauf dieser Produktion ist ja die Idee entstanden, daraus ein Duo zu machen. Und über den Produzenten von der Platte, den Gai Sternberg, kam dann der Kontakt zu der Tamar. Also das heißt, ich habe mir im ersten Durchgang nicht mal vorstellen können, das überhaupt zu einem Duo zu erweitern. Dann wurde es zu einem Duo. Und jetzt im letzten Jahr, muss ich sagen, haben wir zwei oder dreimal Gäste eingeladen für unser Projekt. Wir hatten einmal ein Konzert mit Theo Bleckmann am Vokal, an den verschiedenen Elektronikinstrumenten und eben am Gesang. Und einmal eben auch Hanno Busch, den Gitarrist aus Köln. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass das Projekt sich öffnen lässt gegenüber eventuell seltsam anmutenden Zutaten. Wie einer Big Band zum Beispiel. Genau, aber dass jetzt eine Big Band noch dazukommt, ist tatsächlich auch für dieses Projekt für mich erstmal, glaube ich, schwer vorstellbar gewesen. Und deshalb, glaube ich, war es auch eine Idee zu sagen, ja, wir machen das. Weil gerade, was man sich nicht gut vorstellen kann, das sollte man unbedingt probieren. Auf jeden Fall. Tamar, ich weiß, du verstehst Deutsch, du lebst auch in Deutschland, du wirst aber auf Englisch antworten, das ist völlig okay. Wie hat sich das eben angefühlt auf der Bühne? Mit so viel Blech und Holzbläser im Hintergrund, mit einer Rhythmusgruppe und du mit dem Cembalo und der Michael mit dem Klavier in der Mitte. Es ist so großartig. Es ist ein sehr speziell experience, weil normalerweise die Harpsichord ist ein sehr kleines Ding zu tun. Die Sound ist nicht sehr loud. Es ist nicht vieles Einzünder für das. Es ist sehr, sehr intimate und sehr chamberlär. Und zu be able zu spielen die Harpsichord mit der Amplifizierung, zu Beginn mit, und mit so viel Rhythmic Drive und so viel Energie, which anyway is what we do as a duo normally. And now suddenly this energy was made bigger, 16 times at least. So every musical gesture on the Harpsichord is then reflected with every person on stage. And it just starts, it becomes this swirl of energy. It was so much fun. Ja, das verstehe ich. Ich übersetze mal kurz. Tamar sagt, normalerweise spielt sie natürlich andere Musik, vor allem auch in viel kleineren Räumen, für viel weniger Leute, sehr intim, kammermusikalisch. Jetzt auf einmal mit so einer großen energetischen Band im Hintergrund, da wird das quasi versechzehnfacht. Und das, was sie macht als kleine Geste, wird auf einmal nicht aufgeblasen, aber kriegt ganz viel Kraft auf einmal, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie war es bei dir auf der Bühne, Michael? Ähnlich. Ich glaube, es ist, wenn man nicht ständig mit einer Big Band spielt, erst mal was ganz Besonderes, dieses Grundvolumen von 16 Menschen zu spüren auf der Bühne, die alle im gleichen Moment das Gleiche meinen. Also ich kann das jetzt gerade nicht anders in Worte fassen, aber man ist in einem Kammerensemble oder in einem Duo oder in einem Trio häufig einfach in einem ganz anderen Lautstärkebereich angesiedelt. Und wenn halt 15 Mal auf der Bühne einen Pianissimo-Akkord spielen, hat das Ganze einen ganz größeren, also einen viel größeren Atem und ein viel größeres Volumen. Und das ist, glaube ich, was, was, ja, also gerade für diese Musik, glaube ich, die viel eben von Räumen lebt und viel von energetischen Momenten, die sich steigern und die größer werden und die irgendwie so im Kreis laufen, bis zum Wahnsinnig werden. Und ich glaube, da hat es eine besondere Kraft, die, ja, die einen erst mal umhaut. Jetzt habt ihr ja eine Woche vorher mit der HR Big Band intensiv geprobt, die Arrangements von Jörg-Aachim Keller, der gar nicht, leider nicht heute dirigieren konnte. Ich weiß, dass sich innerhalb dieser Woche auch noch was ergeben hat, dass da was passiert ist. Kannst du das beschreiben, Tamara? Was ist in dieser Woche noch passiert? Ja, well, the first hour of the first rehearsal was like a very big formal handshake. It's like, this is who we are and this is the band and this is what it's, I think for everybody was a bit strange. I don't know that the band is used to playing with harpsichordists. I certainly have no experience playing with big bands. And it was a bit, I wouldn't say awkward, but just, you know, just getting to know each other. And then we spent the first rehearsal three hours just learning the pieces. And for us it was new to hear them arranged for the first time. We never had the score before, so it was interesting to see what Jörg did with the arrangements. Very beautiful, I think. Ja, da hage ich gleich allen und stelle zu. Da sagst du gleich doch was. And then, in a way, I think the real work, the real interpretation, the real music began on the second rehearsal, when we already went through the whole program and started to do stuff with it. And we changed some things in the arrangements and we kind of made ourselves clear and described the intention more clearly. And I think by the last rehearsal, which was Friday, yesterday, we felt that, I think, the original version came across in this arrangement as well. It was just magnified, of course different, but still, the core was very much there. Tam erzählt gerade die erste Probe natürlich vor einer Woche. Das war erstmal so ein großes Händeschild. Und wer wir sind und wer ihr seid und sich kennenlernen. Da mal jedes Stück mal anfassen, mal angucken. Dann näher sich mit den Stücken beschäftigen. Zum ersten Mal überhaupt hören, wie klingen diese Stücke mit Big Band. Und dann passiert natürlich noch was über die Woche. Da werden auch kleine Arrangementveränderungen noch gemacht. Jörg Achmkeller war auch dabei. Da können wir gleich noch übersprechen, welche Rolle er noch gespielt hat. Und dann am Ende hat es sich auf einmal wieder so angefühlt, dass es das Ursprungsprojekt, Produkt oder die Idee war, die aber jetzt einfach in eine neue Form transformiert worden ist. Wie war die Rolle von Jörg Achmkeller in dieser Woche? Der war ja da und hat arrangiert, leider heute nicht dirigiert, weil er einen anderen Termin hatte. Ja, er war tatsächlich bloß für eine Probe da, was ganz toll war, dass er das einrichten konnte. Und klar, wenn man das erste Mal eben so eine Art Projekt konfrontiert mit einer Big Band, dann ist klar, dass nicht alle Details im ersten Versuch komplett stimmen. Und ich glaube, das war dann auch seine, wenn man so will, Aufgabe und auch der große Luxus, dass er eben da war, dass man dann sagen kann, du, hier in dem Teil haben wir uns eigentlich eher sowas vorgestellt. Und jetzt gerade macht die Band das. Ist das möglich, noch irgendwie umzuschreiben? Und für diese Sachen, da war er wie immer wahnsinnig schnell. Das geht dann noch? Kann man noch umschreiben dann? Klar, und ich glaube, für uns beide, da haben wir gerade heute noch drüber gesprochen, war es erstaunlich zu sehen, wie schnell vor allem auch die Band darauf reagiert, weil nicht jede Band oder nicht jedes Ensemble kriegt einen komplizierten Notentext mit sieben, achtel, elf, achtel, dreizehn, achtel wechseln und kann das beim zweiten Mal spielen irgendwie sicher zusammen spielen, auch musikalisch sinnvoll spielen. Also das war wirklich für uns eine tolle Erfahrung. und tut ab, also sowohl für Jörg als auch für die Band nochmal. Jetzt weiß ich, dass es gibt die CD, Wunderkammer, dann gibt es eure Live-Auftritte und da weiß ich, dass ich auch immer schon erzählt habe, da verändert sich live immer was. Da ist immer wieder was Neues, aber du hast es auch mal erzählt, Tamar. War das heute jetzt auch so oder ist bei so einem Arrangement mit so einer großen Band, ist da, sagen wir mal, der eigene Freiraum, die Improvisationsmöglichkeit nicht mehr so groß? Ich glaube, was wir versucht haben, auch mit Jörg und den Arrangements, ist eben, sagen wir mal, Räume für Freiräume zu schaffen. Weil ich glaube, es gibt natürlich Momente, klar, wo ein Großteil der Band auch improvisiert über bestimmte Parameter. Aber es ist natürlich nicht wie in einem kleinen Ensemble oder in dem Fall in einem Duo so, dass man ständig auch alles neu entwerfen kann, sondern man muss sich schon auf bestimmte Vorgaben irgendwie einigen. Und in diesem Fall war einfach der Approach, glaube ich, dass wir gesagt haben, wir gucken, wo sind Räume, die eben mit Improvisationen und mit unserem Input und vielleicht Input von Solisten auf der Bühne gefüllt werden können. Aber es war schon, wie gesagt, das Korsett war schon wahrscheinlich etwas strenger, als es normalerweise der Fall ist. Tamar, du kommst eigentlich von der alten Musik, machst viel Barockmusik. Welche Welt hat sich jetzt auch mit diesem Auftritt mit der Big Band noch durch die Wunderkammer für dich eröffnet? Welche neue Welt erschließt sich da für dich? Englisch. Welche neue Welt kommt dir mit der Erfahrung mit der Big Band und mit der Wunderkammer? Ich denke, es ist der Sound, mostly. Ich meine, wenn man verschiedene Elemente in der Musik verabschiedet hat, man hat Rhythm und Harmonie und Melodie und Sound, der Sound selbst. Und ich denke, in diesem Fall, für mich, das ist eine komplett, komplett neue Welt, weil wenn ich mit Orchestras spiele, which doesn't happen so much, es ist usually string orchestras, und sehr small ones, zu spielen, old Musik. Ich hoffe, diese Wunderkammer bietet noch ganz viele Wunder für euch beide. Tama Halperin, Michael Wollen, ich danke euch für den schnellen Besuch nach dem Konzert. Alles Gute für eure Zukunft. Vielleicht gibt es das Projekt. Hoffentlich gibt es dieses Projekt noch einmal. Und alles Gute für euch beide. Danke schön. Vielen Dank. Danke. Danke.